Der hat mich das Pink zu sehr abgelenkt, oder? Ja, genau. Da kann man einfach nicht dran vorbeifahren. Ich wollte einfach vorzwecken. Der tut einfach so weh. Der hat vorzwecken, genau. Hier hat schon einiges gelitten. Der hält auch einiges aus, kann ich sagen. Ich hab ja auch ein Schwartig-Dinger schon mit dem Ding, den ich schon so oft geforzelt habe ich ihn immer noch abgefahren. Wo ist der Flanschwind? Naja, jetzt fahren wir hier hoch und kommen aber letztendlich hier rum, wo wir jetzt alle stehen. Aber wir müssen dann fahren an die Brücke hier nur einmal, nicht zweimal, ist das besser. Das ist nicht was Freude. Mach das mal, das geht immer eh nach dem Weg. Das macht nicht so schnell. Ja. Das ist ewig zur Kenntnis. Ja. Das ist der Brauphosiermusik. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020